Das Landgericht Tübingen hat einen 18-Jährigen wegen versuchten Totschlags zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Der damalige Neonazi und Skinhead hatte am Jugendzentrum Zelle in Reutlingen einen schwarzen US-Amerikaner mit einem Springmesser niedergestochen und dadurch lebensgefährlich verletzt. Das Gericht sah das Mordmerkmal niedere Beweggründe nicht als gegeben. Die Tat sei nicht rechtsmotiviert gewesen. Vielmehr habe das Opfer den klar als Nazi erkennbaren Täter zuvor mit Argumenten in die Enge getrieben.